Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tagliatelle mit Pilzen der Saison. Tagliatelle mit Pilzen der Saison ist ein schönes Gericht für den Herbst und die Pilzsaison. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Tagliatelle, 500 Gramm Steinpilze oder Pfifferlinge oder Maronenpilze, Schalotte, 1 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Olivenöl, 0,1 Liter trockener Weißwein Typ Riesling, 0,1 Liter weißer Portwein, 0,2 Liter süße Sahne, wenig Petersilie, Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Topf, Pfanne. Zubereitung Pilze mit einem Tuch putzen, den Stiel mit einem Messer entfernen. Die Schalotte fein wiegen und in Butter anschwitzen, mit Wein und Port angießen und um die Hälfte reduzieren. Die Sahne zugeben und wiederum um die Hälfte reduzieren. Abschmecken und würzen. Die in feine Streifen geschnittenen Pilze zugeben. Circa 8 Minuten simmern lassen. Würzen und mit den al dente gekochten Tagliatelle vermischen. Mit fein gewiegter Petersilie bestreuen und sofort servieren. Tipps Außerhalb der Pilzsaison kann man gut getrocknete Pilze verwenden. Diese Varianten gibt es. Tagliatelle in Pilzrahmsoße Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Trüger Beauf Wir werden in der Pfanne immer noch einmal landen stößt. Das ist auch immer Daherпол pastel而已